so moin alle halle und herzlich willkommen zu einem kurzen kleinen video von dem punch in the mode test mit t4 in fortnite muss schnell reden schaden ist geil weil schaden null ist bei epic games das heißt du kannst immer kurz eine falle durchstellen und die luftjagen dann zerstören wie es gerade gemacht hat ist ein geiles ding für euch getestet macht nur schaden kann man überall finden kann man praktisch hernehmen ein geiles ding falls ihr fragen habt gerne in die Kommentare bis bald daumen hoch für echt cool und bis bald euer punch in the mode ciao